Viele Männer haben Tricks, um ihr Haarausfall zu kaschieren. Ob es Mützen sind, Caps oder sie greifen zur Schütter. So wie Arthur. Aber langfristig ist das überhaupt keine Lösung. Aus dem Grund bekommt Arthur heute ein Haarsystem von uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jo, meine Lieben, das war die Freitagstransformation mit Arthur. Wie fühlst du dich? Ich fühl mich super, Dominik. Du hast eine sehr tolle Arbeit geleistet, ein sehr schönes Gefühl, wieder Haare zu haben. Das war seit längerem nicht mehr der Fall, dass ich das Gefühl erleben durfte. Aber ja, jetzt fühl ich mich wie ein neuer Mensch und allgemein sehr glücklich. Das freut mich. Mit 19 Jahren eine Haarsituation zu haben, die einen nicht mehr so zufriedenstellt, ist natürlich auch immer problematisch. Ihr seht selber, das ist die Alternative zu Streuhaar oder zu Caps. Ich denke, damit lässt sich ordentlich arbeiten. Wenn ihr Interesse habt an einem Haarsystem, ruft uns gerne an, schreibt uns oder auch eine E-Mail. Ansonsten checkt unsere anderen Kanäle wie Facebook und Instagram, lasst auch mal ein Abo da. Sorry für die Geräusche. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende. Bis dann. Euer Dominik und Arthur. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.